Jo, und da sind wir wieder. Der nette Bankangestellte und der Typ, der was mich fallen lassen hat. Ist auch gar nichts mehr dazu, ich werde dich einfach weiter ins Messer laufen lassen, wenn du so weiter tust. Was soll das heißen? Du wirst dann schon sein. Ist dir eigentlich bewusst, dass bis jetzt immer ich die schlimmen Sachen abgekriegt habe, obwohl ich eigentlich unschuldig bin? Das heißt, immer du. Welche schlimmen Sachen. Ja, ich bin vom Hund gebissen worden. Ja, das liegt drüber, weil du mit dem Scheitplan aufgeschrieben bist, dass wir unter den Brücken durchgehen. Mich kann nicht wissen. Ah ja, genau. Das könnte sein, vielleicht ist mir das Schlimme passiert, wenn wir eine Wahl getroffen haben. Ja. Vielleicht wäre dir was Schlimmeres passiert, wenn wir deine Wahl getroffen hätten. Wahrscheinlich. Ja, möglich. Oder auch nicht. Wäre was. Und es wäre komplett besser ausgegangen. Kann ich was? Ja, ich bin so weit. Ich bin so weit. Oh, mein Gott, du kannst ja nicht mehr Börsen. Ja. Ich bin so weit. 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 Die Fugitives sind immer wieder und sind zu weit. Und sie sind sehr gefährlich. Der ist noch ein Däufer. Der ist noch ein Däufer. Der ist noch ein Däufer. Wir können das nicht machen. Ich meine nicht so wie das, Mann. Ich meine, wir haben sie zusammengezogen. Wir müssen wirklich die Klappen verändern. Wir können nicht so wie das. Ich mag es nicht. Es ist besser, dass sie ihn aus dem Haus bringen können. Was habt ihr in mir? Häftlinge hängen. Anhalt aber nicht. Ja, stimmt. Wir haben die Hörsen. Wir haben die Hörsen. Wie wird das helfen? Trust me. Die werden sie geholfen, um sie zurück zu holen. Ich weiß nicht, Mann. Ich halte mich raus. Ich mache das, was du willst. Ah, jetzt fahren wir heute raus. Na, ich möchte es der Meinung herrn. Bitte? Ich möchte es der Meinung herrn. Ja, als Ehepoar über vollen oder Pferde freilassen. Ja. Das kann sowohl als auch ziemlich böse ausgehen. Wenn wir die Pferde freilassen, der Typ mit Quarhausse geht. Dann? Dann haben wir die Arschkorten, dass es wer dabei hat. Und wir die Bude nicht in Ruhe, dass man es machen kann. Ja, warum? Wenn wir die Pferde freilassen, lachen wir weg meistens, oder? Oder meinst du nicht, dass die weg klappen? Ja, aber... Ja. Wenn wir das Paar überwältigen, kann natürlich sein, dass man ein Zwangsamer an und der uns überlaufen schießt. Es könnte ja sein, dass der ohne Schroff hinten rausgeht. Das Weibetriebe drinnen sitzen bleibt nicht bei Schroff hinten und uns da nun knallt. Also, so oder so. Humana gesehen wäre die Pferde freilassen. Safety gesehen wäre es, wenn wir uns anschleichen und das Paar überwältigen. Beientscheidung. Ich entscheide da gar nichts. Warum jetzt nicht? Weil ich mich da ans Freien raushalte, weil ich zufälligerweise eine der beiden Entscheidungen schon gesehen habe. Deswegen sage ich dazu gar nichts. Weil ich weiß nämlich, wie eine der Entscheidungen ausgeht. Ah, du hast dich schon wieder gesehen. Schon wieder geschnurkt, oder? Nö. War zufällig sogar. Okay. Die Playlist durchlaufen lassen. Okay, ich würde behaupten, wir lassen die Pferde frei, weil... Ich weiß jetzt... Erstens, ich bin kein Verbrecher. Das haben wir ja schon festgestellt. Wenn ich jetzt ein übler Verbrecher wäre, würde ich sagen, okay, holen wir es zusammen die Typen. Aber ich bin keiner, also wäre ich für Pferd. Okay, passt. Spannende Züge. Okay, passt. Whatever, Mann. Ich bin. Okay, wir gehen. Caffare! Es ist alle. Oh, ja. Wie sind wir dass sie alle schwälen in der daes? Es ist eine schwälen Bar in der canale. Was würde ich noch haben, ich sage? Ja, du füßt sie so sicher. Hm? Ich meine, es könnte auch normal sein. hey look up there an opening maybe we can find some way to reach it wir brauchen leitungslos ja ihr hört mir das ziemlich raus alter du hast mit die volle pfels gehalt darüber ja okay dann würde jetzt einmal sagen wir müssen irgendwas zum leitersuchen die kunst davon auch laut raum aber das scheiß blechding das kann man eh weg das war festgenagelt mit 25 cm nägel die was zweimal umgebogen waren oder so das richtig aus ja wenn sie millimeter genauer ok sehr safe die so insoffeklein aber egal ok ok ich will nichts haben aber ich weiß jetzt schon dass du das ziemlich gesehen hast aber wo weißt du das ich weiß nie was sie überlast hätten die anderen am meisten ja die sehen habe ich gesehen ich will einmal Feuertür aufmachen und dann die Stelle oder ok was sollen die aufmachen oder was sind denn da ich werde gerne um das her können ich habe das alles ja ja das park passt was wir machen wir die Tür doch ich habe es selber ich habe das nicht Ok, mach die Tür nicht auf. Was ist denn mit der Lampe? Ja, du hast die Lampe repariert, weil ich nett bin. Ja, ist die Zahn extra. Ich hab irgendwie nicht, dass die ausstehen. Ja, aber vorhin alles darfst du nicht. Das ist auch offen, oder? Ja, schon draus ist offen. Wir müssen den Pferd nicht aufgreifen. Ja. Hey, move it. Ja, hallo im Scheit drauf im Gaul. Du bist frei der Lied jetzt. Witzig, wenn du weißt, was passiert, aber gleichzeitiger sitzt die andere draufkämmern. Okay, okay, okay. Wir müssen... Wir müssen irgendwas machen. Ja. Klingt nach dem Plan. Wir müssen Lern machen, dass wir es aufscheichen. Aber Lern machen ist, glaube ich, nicht die beste Idee. Aber legen wir nicht einfach auf Feier. Das hat die Beschäftigte. Keine Idee war Pferde freilassen. Jetzt haben wir Pferde freilassen. Ja, woher ist? Ja, woher ist? Was ist mit dir da? Hey, geh und eat some fresh grass outside. Das hat ihm voll wenig gejuckt. Ja, was ja? Werfen wir das? Ich war mal offen. Okay. Okay. Hey, Leo. This might make enough noise to scare the horses. He he he. Ich war mal da. Some assist... Okay. Okay, ich weiß es nicht, der... Da sind so gut bei dir. Die Kopfkarte sind gut. Das war noch nicht. Oh, neig. Wir haben die Barten struktur. Wir haben alles. Wasst du damit? Oh, das war. Das war nicht so gut. Siehst du, ich hab dir gesagt. Ja, ich hoffe, dass diese Hörschen ... ... sie werden ... Wo ist denn du? Hallo? Vincent, ist das dich? Ja? Du bist ein Frau aus? Ich bin ein echter Mensch. Ah, ich kann auch etwas machen. Du bist ein Farsch. Alter! Nein, danke. Okay, wir tun leicht Klavier spielen, bitte. Ja, cool, ich mag das auch machen. Alter. Ich dachte, sie haben etwas Gutes. Ja, schau auf einmal die Kuss noch gerne. Ach, diese Bier muss ja schon ein langer Zeit geöffnet werden. Ja, das ist ein altes Bier im Kühlschrank. Wurst? Konk, ich war da. Baby. Ich kann nicht glauben, dass diese in den Krieg waren. Knall ist knall. Ich wusste es. Es ist nur decorativ. Warte, 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 das war falsch, äh, ich geh nicht mehr Klavierspielen, im Kühlschrank du ein leichter Klavierspielen, ja. Junge, ich geh nicht in der Bude. Ach, das ist der Superlife. Wie lange geht denn das? Ja, ich mach Feier, ich mach Feier. Let's make it nice and cozy. Oh, das ist zu entschuldigen, ungefähr, dass man hier noch Klamotten klauen. Und der Feierkopf, ja, Herr das Knopf. Alter, ich will nicht mehr so schnell. Ja. Ja, du bist drauf. Ja, du Klavierspielen. Nice. Das ist mit dem Klavierspielen, lol. Ich muss nur da drücken. 1, 2, 3. Ja. Ha. Oh, lol. Dammit. Für die Glover. Mein Frau sagt immer, dass ich nicht gut in Haaren hebbitt keinge. Lass uns sie euch nicht lecken. Vielleicht. Ich seh' wie ein Hähnle. Oh, come on. Für die Glover. Schnell, schnell! Ach, die brauchst du. Stell dich auf, extrem. Du weißt was schnell. ist auch extrem schaffte es hier das ist zwanghaft mein rekord zu schlagen ja ich habe noch mal die lösung 1,2,3 wo war der rekord bei was? bei leicht oder schwer oder was? bei leicht aber schau doch mal extrem an das ist witzig dammit für die Loverf ah komm dammit für die Loverf hehehe er ist witzig oder? nice ah komm dammit dammit für die Loverf ok, was? das brühe ist einfach oh, hab mein rekordbrochen zeigt schon ok nun für eine zeige schalten nice brauche ich mal her alter ist das irgendwie voll entspannt hier hier dammit dammit weiter das ist eine großartige Schraube ok die Loverf steht hier ah shit das funktioniert nicht komm komm ok normal wir haben ok 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 eine märk ja cool er ist o ich bin, das war von den Darsen wichtig aber nicht schnell ja ich bin, das war von den Darsen wichtig aber nicht ich spiele die für den Mixer ab der Typ wollte den da rumlegen und ich da abspüle irgendwie spielt der ziemlich lange ab so richtig cool ich bin es ist ich bin Ich würde nicht mehr mit dem Arsch machen. Da ist die Tür. Okay, jetzt kommen wir mal. Ja, soft. ach so du auch nicht ich sag ich schau immer noch so gut aus wie immer und du sagst deine augen geschwollen aus sein können das radio ist mittlerweile aus ich bin richtig verklemmt ich habe die studie umziehen macht sogar die also das habe ich ja das habe ich nicht immer ja das war die schrubflinte ich gehe mal aus der umkleide mit einer schrubflinte ich bin blöd dafür und zur Hölle habe ich jetzt den scheißen Schruppflinten gefunden Ah, ich gehe jetzt umziehen So, nicht gucken So, jetzt habe ich eine Knöpfe Nicht gucken Ich habe eine Schruppflinte, mir ist das egal, ich kann da durchballern Alter, warum hast du Schruppflinte noch nicht? Weil ich bin cool, im Gegensatz zu dir Ich finde das jetzt sehr verwirklich, muss ich sagen, was werde ich tun Ich finde es sehr lustig, dass ich eine Schruppflinte in der Umkleide gefunden habe, aber okay Schau, da ist noch eine Waffe Ja, die geht ja nicht Ja, nein Mann Weiß ich nicht, vielleicht geht es bei dir, hast du dich ausprobiert Achso, hast du da schon rumgeschossen Ich finde das echt verwerflich, wo ein Grieker Schruppflinten Weiß ich nicht, weil ich wahrscheinlich erst erst umgezogen war und die Schruppflinte im Kleiderschrank gefunden habe, im Gegensatz zu dir Der Schack werde ich irgendwo auf der Straße stehen, oder nicht? Boah, ein Waffenwerfen 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 Ja, habe ich auch gesehen Okay Okay Alter Du bist du nicht Alter Du bist du nicht Crap Achso, das muss ja kein gezählt darüber auch Oh mein Gott Doch, gezählt sogar Dann ist ja easy Ernsthaft Oh, ok. Deswegen habe ich einen Punkt gekackt. Naja, dafür war ich im Klavierspiel. Ja, aber A-Punkt ist eher als Chor-Punkt. Du sagst mir jetzt nicht, dass der Scheiß Trecker der Truck ist. Nein, ich glaube nicht. Ja, schau dir das an. Wahrscheinlich. Irgendwie hört sich so, als wären die Pferde wieder da. Ja, dann sollte man Gas geben. Ja, jetzt muss ich erst mal den Benzinkernis reinstecken. Was? Ach du Scheiße. Das ist ein Klassiker, Alter. Ich bin sicher, dass es hier irgendwo ist. Ich weiß nicht, Mann. Es ist nicht, wie wir eine Wahl haben. Ja, jetzt müssen wir das Dinger nur reparieren. Jo. Ja, Benzin. Gut. Ich suche mal ein Reißen. Ah, mit dem kommt ja das Auto. Das geht schon mal wieder her. Dann haben wir mal ein Radkreuz. Noch mal. Dann gehen wir mal wieder her. Wo ist denn da der Tankdecke? Da hinten? Ja, hier. Ja. Ich schau mal auf. Vielleicht in die oben. Ich fülle da alles auf. Hey, there is a tire on the other side of the bar. Alright, the tank is full. What's next? Ja, der andere Seite. Ja, du musst da rüber. Viel Spaß. Du musst nur antauchen. Ähm. Du musst nur antauchen. Antauchen? Oder muss ich... Wo müssen du antauchen? Wie? Bei der Treppen. Ja, da rum. Wiii! Entschuldigung. Ich komme und rette dich. Wiii! Aha. Hahaha. Mann, dir geht irgendwann nirgends. Nee, ich muss noch nicht mal was drucken. Oh geil, ist ja langweilig. Oh nein, die haben schon gewusst, dass solche Falldioten wie du auch mitspielen. Die haben sich die Kollegen einfach mal hohe fallen lassen irgendwo. So, da schau. Ich schmeiße dir mal die Reifen oben. Der erste Reifen hat dann... Nein, die hat keine Färben drin gehabt. Jetzt kannst du ja noch mal was hier oben hupfen, oder? Nein, gleich halt. Ja. Ja doch, kannst du da oben hupfen. Ja, ich weiß es ja noch nicht. Ich bin jetzt gekommen. Ja, man dachte, die Mose ohne Prozentig wieder drauf können. Ja, das ist ja so. Ja, das ist ja so. Jo, bin schon ab. Hebeisen. Ja, ich drehe sie jetzt nicht. Ich lebe ihn nicht. Ah, das ist ja so. Das ist ja so. Ich lebe ihn nicht. Da halb. Oh, ich lebe ihn nicht. Ja, du bist, dann halb. Das ist ein guter Start. Wir müssen zum Traktor. Das hat keine Batterie. Komisch, lieber. Das ist hier genau ausgegangen. Das ist ein dummer Zufall. Das war doch intelligenter, wie es ausschaut. Ja, dass wir das so ausmessen können. Jumpergables, perfekt. Ja, die Mutter haben, ich hoffe. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ah. Was muss man beim Essen? Mach du mal die Dingsen. So. 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 Alles klar. So, wir haben den ersten U-Bug, dann haben wir den U-Bug, dann haben wir den U-Bug gestartet. Wow, das haben sie gut. Gehaltig, ja? Well, I was doubting. Next time, just trust me, okay? Yeah, right. Yes. No, I don't know. It was a while ago. We need your help now, officer. Okay, hurry up, please. Absolutely. Thank you. Are the police on their way yet? Yes, they'll be here any minute. Okay, I'll go take care of them. No, just stay here. It's all right. Just wait here. I'll be fine. Filthy scum. Oh shit, take cover. You're gonna pay for this. Come on, let's go. You drive. Come on. Come on. Go, 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 go. Go, go, go. You're not the best. You're not the best. You're the guard. Come on, Taiwan.